herzlich willkommen zu einer weiteren folge aus dem marsch wir fahren jetzt zum händler um den traktor umzurüsten auf pflegebereitung zwecks dünnung von feld 1 und später feld 2 bäume bäume in ansicht so haben wir eine stube hier sehr sehr stabiler beton sein doch nicht kaputt oder stand licht so ja mal reparieren was ja was nichts so ja gut auf dem feld 1 zum hals gleich das gericht anhängen die renner noch arbeiten müssen so 1 mal schauen wo angefangen haben aber stop ja mittendrin ja gut wir haben der pflegebreitung da werden wir gleich mal die ecken arbeiten bevor er auffällt zwei drüber gehen zu breit also nicht Danke. Du hast fast nichts. Die Ecke wollen wir eh nie an. So. Gehen wir zur nächsten Ecke. So. Hier die drei von den anderen Weg. Oh. Ich bin gespannt, ob das Gras schneller wächst als die Früchte. Oh, die Ecke auch noch fix. So, was haben wir heute? Keine Mietkosten. Einnahmen, Ernte, 500.000. Die Gäste geht ab. Verkaufte Ballen. 388.000. Das kommt dann noch hinzu. Mietkosten knapp 60.000. Naja. Jetzt fahren wir auf Feld 1. Feld 2. Und werden da das Unkraut ausgelieberücken. Okay. Okay. Das Unkraut fragt nicht, ob es um Nacht wird oder nicht nach wird. Das wächst einfach. So. Gleich ausbreiten und gleich wie vorne in die Ecke machen. Ja. So. 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 Sollte aufgetankt werden. Ja. Machen wir schon noch. Jetzt werden wir uns mal ein Mähwerk holen. Oder fangen wir auf Feld 13 an. Könnte man auch tun. die holen nach stehen lassen er arbeitet ja auch es war langsam aber stetig was könnten eigentlich leisten an feldern ja genau das schon im wachstum war das hier in der reich was ist da drauf weiß kommunieren das heißt müssen weisgebiss kommen das feld 17 passen nicht mein konzept rein er auf der wiese die 21 wäre reif traktor hätte ich mähen und dann schwatten vielleicht ziehen wir auch ein darlehen so natürlich gut was brauchen wir brauchen dann weg ein mehlwerk technik butterfly der novo cut x8 xd ups ja vorne mähnen und hinten gleich warten das möglichst mit dem cosplay das gute stück 8 meter 40 da haben es so dann brauche noch dann haben wir noch nichts haben zwar da haben sie nur ein renner so der wer wie groß neun meter und der hat 14 jetzt ist der quatsch der bat 9 denn mein konzept passt ich werde mal mieten ausprobieren so sammeln wir keinen traktor dünner streuer braucht noch eine weile das heißt er ist fertig aber der muss ja auch fällt zwei arbeiten so hiermit beendet die folge hat euch gefallen würde mir ein abo freuen und ein like gerne beides dann seid mal winke winke und bis zum nächsten mal ein so Untertitelung des ZDF, 2020